Hast du meinen Wagen jetzt geklaut? Ja, du hast meinen Wagen geklaut und deinen hier stehen bleibt. Ja. Hey Niko, wir hatten letztes Mal doch auch ein Zelt hier unten... Ach doch jetzt. Ja, das ist doch da. Ja, das ist gerade neu gespawnt. Ich weiß, warum das jetzt so schwierig ist, weil der Wagen... Weil der Wagen? Weil der Wagen sich nicht mehr an dem Gelände anpasst. Sondern? Ich bin gerade zu einer schrägen Wand runtergefahren. Wo? Hinten. Ich habe gerade eben schon drei von den Viechern erledigt. Erledigt. Ich speichere mal kurz. Ja, mach mal. Wir können auch schlafen. Ja, das wäre vielleicht auch nochmal so dumm. Ne, das habe ich nicht gehört. Sind wir ausgeruht. Okay, ich schlafe mal. Eins von drei. Komm her. Oh. Kannst du so einen Topf aufnehmen, Niko, hinter dir? Stopp. 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 Oh, sehr schön. Wir müssen in einem Baum dran heften. Kommt jetzt schlafen oder nicht? Ja, johle. Das die König noch kilometersend sind. Einmal speichern. Bei schon. Juri, du musst als... Übrigens, Juri, du musst als letzter speichern. Jetzt sind es zwei von drei. Ich muss als letztes speichern. Wenn wir nach dir speichern, dann schmiert das Spiel auch beim Laden nachher. So, zwei von drei. Wer bewegt sich noch? Judy, ist nur nicht da. Drei von drei. Ah. Die Nacht war so anstrengend. Ja. Da war wirklich noch anstrengend gewesen. Kann es jetzt sein, dass sie über Nacht, dass sie uns zum Beispiel angegriffen haben oben? Keine Ahnung. Glaub nicht. Das kommt nicht vor. Das heißt, das vorkommen kann, dass sie nach Aufwachsdruck nicht vorgesehen sind. Oh. Sag mal, pass bitte auf. Bei mir fast auf den Kopf gegangen. Ja. Baum fällt. Ja, weißt du, dann bin ich stot, wenn es mir auf den Kopf fällt. Ja, dann rette ich dich. Du. Warum kann ich jetzt keine zwei Loks aufnehmen? Doch, das kannst du. Ups. Musst es nur hinbekommen. Wo ist dein Wagen eigentlich? Das ist der hier. Wo ist meiner? Das ist mein Wagen. Ich habe zwei Wagen bei euch. Ja, wo ist die zweite? Hier vorne. Wo der Flage ist. Nico, warum hast du den da abgestellt? So. Mein Wagen ist der rote hier. Nein, mein Wagen ist der rote. Ja, aber... Hä? Nico, den Wagen habe ich da abgestellt. Ich habe mich da abgestellt. Ich habe meinen Wagen blau gemacht jetzt. Also, meiner ist der blau. Nico, ich kann... Ja gut, du hast auch blau. Alter. Ich bin doch gerade an das Zelt gelaufen und habe gesagt, speichern. Ja, und? Was hast du damit mit dem Wagen zu tun? Ich habe meinen Wagen nicht hier abgestellt. Oh, ist doch jetzt egal. Doch, weil das regt... Nein, das regt mich auf, sowas. Nein, nein, nein. Ich regt mich auch so viel bei dir auf. Ja, halt so. Man. Boah, hüpf, 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 spring. Ja, ja. Mach's dann auf dem Lowrider. Ja. Ja, ja. Aber du möchtest, du möchtest, du möchtest. Ich hab' nichts mit dem Gewinn nicht gemacht. Ich hab' nichts gemacht. Nein, ich hab' nichts gemacht. Nein, ich hab' nichts gemacht. Nein, ich hab' nichts gemacht, genau. Es hat aber schon voll gesagt. Ich hab' nichts gemacht. Gut, bleibst du blau. Ich mach'hr jetzt mal Brot. Ja. Meli? Joly ist dann Geld. Richtig. Oder grün, wenn er will. im wagen gewesen ja wenn du den siehst boah was sind jetzt wieder im kinderabteil dahinten los Kinderabteil? Ob das kocht lustige Wolle kommt es mal eine Zeit lang mit dem Wagen obwohl keine Ausdauer hat das Sprinten wenn du keine Ausdauer hast ne und damals in dem Spiel gefühlt nie Ausdauer hat's da kommt wieder einer Juli, nie ausdauerhaft kommt rein willst du mich verarschen? ne weißt du er sagt einfach so aus lustig Dallerei ja er läuft in mir vorbei er ist eigentlich näher an diesen Viechern dran und die gehen auf mich ja die haben dich einmal die laufen komplett an mir vorbei um wegzulaufen ne ich nur weglaufen da darfst du auch äh Patti ganz kurze Frage steht jetzt neben mir dieses Totem äh warte kurz nein hier ok warum warum seht ihr das nicht? das war zu tun du Uhhh blablabla blablabla die schon mal nach vier und der Berater und der LKW ist immer noch unter LKW? ja ich warte ne Lieferung wo ich dann auch weg muss wo die Lieferung aufbauen muss Ne, Ballen abladen. Hä? Warum Ballen abladen? Ne, Strohballen abladen. Warum? Weil das ein LKW mit Strohballen ist. Warum musst du denn abladen? Ja, weil ich das kann. Weil ich das kann. So beantworten. Ja. Und wieso machen das nicht deine Eltern? Bzw. jemand anderes, der bei dir zu Hause ist? Das weiß ich auch nicht. Mein Vater, die noch umlädt. Ich bin dabei. Ja. Warum umladen? Warum? Ich nehme sie von LKW runter und er legt in die Scheune. Dann kann er doch gleich von LKW runter und gleich in die Scheune fahren. Ne, weil du mit einem großen Trecker nicht in die Scheune reinkommst. Aber wenn ein kleiner Trecker ist noch rein. Ja. Logische Schlussfolgerung. Was nicht passt und passend gemacht. Heißt bei uns in Bayern so. Ja. Ich brauche unbedingt eine Sitzbank. Raus holen. Vielleicht wäre ich wieder hungrier. wieder so was auf den grill schmeißen obwohl bist du da bist also trockenfutter müsste auch schon wieder gut sein ja das ist trockenfutter weiter schluss discord halt deine fresse es kommt auf muss einfach zu du warst ist koch hat bei mir jetzt nichts gesagt dann wird es wohl kante gewesen sein das ist um 20 oder kocht rr 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 noch ausbrechen nur zu schreien nein ok das ist grad dicht ne ich wollte grad machen in den inventar ne die Seite 5 sticks 5 sticks und es so oder also muss er das sind geraten zu juli wahrscheinlich wie zu mir nix zu mir schnitt rum muss er doch ganz an b und ich habe mich heute umgefahren was brauchst du ob sie da was nichts braucht Nö. Nö. Irgendwas hat er wieder vor. Nö. Irgendwas haben wir bei dir wahrscheinlich. Ähm. Ja? Jodi? Wie? Einer sollte halt ausweichen. Ich schau nebenbei auf. Warum machst du da zum Lockholder hin? Damit wir immer Locks da haben. Jetzt wo wir uns erstmal alle verbrauchen müssen. Kannst doch auch einfach einen Faden dahin stellen. Ist genauso gut wie ein Lockholder. Richtig. Ja, aber der Lockholder Ja. Kostet Holz. Braucht 21. Ja. Wir haben drei Wälder, die zusammen 33 können. Hä 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 hä. Ja. Was? Hä 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 hä. Falsche Seite. Ne hä. Mach dir grad innen drin die Regale. Ach soo, innen drin sind sie ja. Du perdi. Das wäre innen drin. Ich hab mich ausgesperrt. Du wangst heute hinten, das ist deswegen. Äh. Die Tür war bei mir ein bisschen kaputt. Wie denn? Na, die Hinges auf halb 8 irgendwie so. Mitten im Haus drin. Okay. Das sage ich angenehm aus. So. Ich glaube, er ist ein Hölstück von dir noch. Hey. Dann bin ich nämlich zwei. Zum Träden. Kannst du das Ganze mitnehmen? Ja, ja. Okay. Hm. Da liegen ja noch Loks um. Einfach so. Ich kann hier nie essen. Kann man das jetzt? Halt doch nicht schon. Ganz meint. Wo du das hast du da? Ach so. Da man kann es direkt vom Rettessen. Kannst du nur aufnehmen ins Inventar. Warum verliert man eigentlich Ausdauer? Warum ist... Warum... Weil du am Ende des Tages weniger fit bist, wie am Anfang des Tages. Oder wenn du jetzt 100 Meter Sprint bist, bist du auch... Hast du auch weniger Ausdauer. Ja, schon. Aber warum verliert man maximale Ausdauer? Weil du am Abend müder bist als morgens. Ja. Und wenn du müde bist, hast du halt auch weniger Ausdauer. Allgemein. Wenn du mal so... Dann noch mal so... Alle 5 Minuten 100 Meter Sprint bist, brauchst du von Mal zu Mal immer länger dafür. Wenn du dich... Ich finde ich nicht, dass es... Ich finde ich nicht, dass es ein bisschen zu schnell geht. Sprint sie auch die ganze Zeit durch. Einmal was Essen und gut ist, ist wieder ganz so. Ich bin... Ich bin... Ich bin... ine Waren? Ja. Ich habe aber was trinken. Alter. Hör auf so rumzuspringen... Alter, ist das sehr furchtbar. Das Spiel kann durch mich immer spielen. Kann man schon. Wo ist mein Waren jetzt hier? He? Waren Waren wagen? Waren wagen. Was bist du Pils? Essen. War ein guter Pils. War ein guter Pils. ob ich will denn nicht den stein ich will den stocken ich bin ich bin war man gibt es jetzt gemacht dass die tüte oft offen ist keine Ahnung was er gemacht hat die Tür gelaufen war die Tür offen natürlich wenn ich die Regale fertig habe soll ich dann kannst du das zweite von der Menschen ich packe hier fest oh Gott irgendeinen Anführer schreiben irgendeinen grauen glaube ich und schützen mit dem die die meine Ausdauer und man ist ganz gut die maximale Ausdauer sozusagen ich sprinte halt sozusagen nur den Weg hoch und runter und ein bisschen laufiger mhm ja gut aber wenn du einmal unten bist ist ja die maximale Ausdauer weiter unten wie wenn du ja ja gut dann hax du unten als bei mir war die wo ich hier oben war war die komplett unten okay dann muss der Kriterium fett und v wahrscheinlich ja ja natürlich ich habe die löschen erzählt es wird ihnen darauf zu tun wunderschönes nach mit diesem Stort das ist bis jetzt ist und gewonnen der dort Tops die Kinder zu tun wird so wie auch das war uns so zu besonderes haben Prozent Ortsschützer und Süßes aussehen ach so du brauchst es da gleich ein wenn du es er verbrennen er verbrennen braucht man das Geld eigentlich für sonst was? das ist nur... das soll's befeuern wie... er hat seinen Waren dahingestellt das war ich und dann durch weiter los wollte Na dann? scherz terschossen dein Ding er sollte man so eine primitive Kreatur aufwecken d ja wenn die Leute so aufregen können bring bring ring 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 oh nein oh nein Juli weißt du das was meinen Komm Niko, eine Tour schaffen wir noch. Eine Tour schaffen wir noch. Macht sich jeder noch mal voll mit Sticks? Mit Sticks, oder mit Sticks, oder mit Sticks? Mit Sticks, oder mit Sticks, oder mit Sticks? Mit Sticks, oder mit Sticks, oder mit Sticks? Warum ist jetzt schon wieder meine Axt weg? Ich bin voll mit Sticks, cool. Wow. Na, 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 na. Hase, überfahren. Ich bring den im Spiel nicht viel. Leider, wäre lustig. Also, ich würde gerne das Ding verlassen. Hallo! Hallo! Ja, hallo. Alles klar, ein Baum, ein Baum wächst auf nem Stein. Oh, Scheiße. Ja. Alter, das sieht aus. Ich hab mir gerade gesehen, was mir passiert ist. Ja. Du hast von Wolken gesehen, dass du fliegst. Ich hab nen Zeig. Ne, der Baum ist nicht ganz dreig. Ich hab dir gesagt, passt in den Wagen rein. Okay. Okay. Das heißt, im Grunde müsste es ja eigentlich drei Bäume fällen. Oder mehr. Je nachdem, ob man sich bei mir geht auch noch drei, wenn der Kappbau mal fallen würde. Hallo! Okay. Ich hab' mit dem ein Baum einen anderen gefällt. Das ist Gott. Wollte. Ich hab' den ein Baum leicht eingeschlagen, das ging ein anderen Baum gefallen, das ist Ich hab' den ein Baum leicht eingeschlagen, das ging ein anderen Baum gefallen, das ist angefallen. Ah ja. Du zu wissen. So was geht? Anscheinend? Be Point. Vielen Dank.